Yoshi Yoshi Bei dieser Attraktion musst du dem Yoshi-Wagen einen Weg vorzeichnen. Schau zuerst auf den TV-Bildschirm und dann auf das Gamepad. Fällt dir etwas auf? Siehst du die Früchte auf dem TV-Bildschirm? Deine Aufgabe ist es, auf dem Weg zum Ziel alle zu verspeisen. Aber hier ist der Haken. Die Route musst du auf dem Gamepad vorzeichnen. Er wird nicht nach dem Spielverlust-Bildschirm. Hier oben ist die Früchte auf dem Spielverlust. Hier oben steht ein Stück weit. Das Wagen kommt die Früchte auf dem Garten auf dem Spielverlust. Die Früchte auf dem Spielverlusten. Ihr könntest hier dannoir роße an sich, dass Sie in den Spielverlusten und ein paarlibfilteren simplesmenteыпeln. Ihr könntest hier ein Stück weit zurückzufinden. Das ist dein Stück weit. Das Geschenk mit der hübschen roten Schleife ist Sammeln um das Tor zu öffnen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Dieses blaue Häbchen ist überaus nützlich Du kannst blaue Häbchen auf dem Touchscreen setzen Sie tauchen an der entsprechenden Stelle auf dem TV-Bildschirm auf Verwende die Häbchen notfalls als Bezugspunkte Aber, sei sparsam damit Früchte mit nummerierten Flaggen müssen in der entsprechenden Reihenfolge verspeist werden Andere Früchte kannst du fressen, wann du willst Und werfen die ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020